und ja ich hoffe das ist okay für euch wenn ich das jetzt mal so hier einfach so wechsel alles üblicherweise müsstet ihr schon das spiegel sehen aber weil ich hier gerade am nein in der falschen quelle bin capturet das gerade nicht alles ganz professionell hier eben habe ich besser daran gedacht jetzt mal nicht so ich hoffe das klappt jetzt ja fortfahren wir müssten wenn ich das richtig mitbekommen habe aufgehört haben bei der mission in der wir mit cara und alice von slatko flüchten und uns da so zu sagen ja nicht einquartieren wollen aber hilfe suchen das passt schon und ich glaube ich war verwirrt von euren namen weil die alle rot sind tut mir leid wenn ich da jetzt ich bin doch einfach wird es nur wie hier muss es sein das ist so krass wie schnell ich immer verwirrt bin ne oder den überblick verlieren das ist aber so bin ich halt ein bisschen verbeult aber das tut ja auch äh nicht weh glaube ich ne so dann klingen wir mal bei einem guten slatko und ich bin mir auch irgendwie ja es ist irgendwie schwierig ich hab jetzt hier wir werden wahrscheinlich die erste zeit direkt wieder mit warten verbringen dürfen weil ich glaube dass der erste weg halt das warten sein wird wer fragt das aber das ich weiß nicht wer so was sagt ihr seid am falschen außen perfekt gemein der ist wir sind am richtigen Ort kommt rein ich möchte hier natürlich auch direkt offen sein jeder der jetzt hier neu ist ich kenne das spiel schon also ich habe mir jetzt schon wie gesagt das projekt begleitet mich jetzt schon sehr lange wir sind jetzt beim wir spielen jetzt aufs 31 ende zu und wie man an dieser zahl schon merkt ist das eine ganze menge die wir schon gesehen haben aber wir sind dafür natürlich auch schon entsprechend weit ne bitte macht es euch gemütlich am liebsten würde ich jetzt einfach nicht in den keller gehen ich muss ja helfen ist äh dehnbar in dem kontext würde ich mal also eigentlich nicht dehnbar aber er macht es einfach so als wenn es den barriere sie ist ein mensch tja und ihr sucht einen sicheren Ort einen sicheren Hafen ja den suchen wir ich höre Kanada soll zu dieser jahreszeit sehr schön sein dann auf Nordkannada also ich muss sagen in gewisser Art und Weise hilft der gute Zlatko uns ja schon weiter ne also der tipp mit Kanada ist ja jetzt nicht der verkehrteste das muss man ja so sagen also der tipp das ist ja nicht der schlechteste tipp das was er jetzt macht das ist schon halt nicht ganz so aber gut alles klar dann viel spaß beim essen machen falls wir uns nicht mehr lesen ich weiß nicht ein bisschen stream ich auf jeden fall noch wenn wir uns nicht mehr lesen wünsche ich dir auch noch einen schönen samstag du hast mir natürlich damit hast du mir eine riesen freude gemacht man sagt mir immer das ist voll knuffig ist wie ich mich freue wenn ich wenn ich sowas bekomme aber ich kann einfach auch noch mal danke sagen ich finde das ist so cool damit hast du mir auf jeden fall eine ziemlich große freude gemacht ich wünsche dir viel spaß auf dem planeten lörk und vielleicht schreiben wir uns heute ja auch noch mal ja ich habe auch ein schönes gefühl bitte entschuldigt das chaos ich brauchte ein diskretes versteckt für meine maschine sender zu entfernen ist illegal da ist diskretion wichtiger als komfort ja nein nein die hat überhaupt keine angst nein natürlich hat sie angst aber ja wie wir ja ist wie ich ja jetzt weiß auch zurecht hat leider ne ihr könnt es gerne auch noch mal angucken dringend tut es auch nichts die maschine sieht schon gruselig aus ich würde mich da nicht freiwillig drauf stellen stelle ich bitte da drüben hin so was werden wir jetzt machen damit nicht nur ich bescheid weiß wenn wir den reset nicht bekommen haben wir alles schon gesehen deswegen werde ich mich jetzt resetten lassen und wir werden gucken dass wir das haus mal nicht erkunden und den speicher nicht wieder herstellen um uns dieses ending anzugucken und danach werden wir uns wieder resetten lassen vielleicht kann man das überspringen da hätte ich jetzt nicht so das problem mit wenn wir uns hier dann den startpunkt setzen können und dann werden wir das haus erkunden so dass wir hier das hier vervollständigen können und danach werden wir mal gucken dass wir auch uns bei der flucht verschiedene möglichkeiten angucken das gehört schließlich auch zum spiel dazu ich lade euch natürlich auch alle herzlich auf meinen discord server ein den ganzen findet ihr in den panels verlinkt dann könnt ihr wenn ihr das haben wollt das könnt ihr mir dann einfach schreiben ich habe dafür extra eine rolle oder auch einfach nur so zum quatschen wie gesagt ich lade euch damit natürlich auch herzlich drauf ein ihr könnt mir auch gerne auf youtube folgen auf youtube lade ich alle meine streams hoch als archiv falls ihr was verpasst habt oder nachgucken wollt wie ich ein bisschen am failen bin oder halt auch nicht dafür ist dann der kanal ähm so zu sagen dafür ist mein youtube kanal da und ja twitter könnt ihr mir reintrisch auch folgen aber da mach ich nix auf twitter nehm ich mir immer vor ja ich twitter ab jetzt ein bisschen mehr ähm was mach ich auf twitter dann letzten endes irgendwie auch irgendwie nix irgendwie bin ich zu ich muss mir mal wieder angefühlen mehr zu twitter also ich möchte es nochmal versuchen mehr zu twittern mal gucken vielleicht klappt es ja Alice nein wow ein abweichler der mutter sein möchte das das ist so süß und so verblendet oh wir sollten diesem elite ein ende packen ja ok ich gebe zu es wäre super vorteilhaft wenn wir nach diesem reset springen können weil wir müssen natürlich jetzt hier auch warten bis der reset vollständig ist weshalb ich ja jetzt eben auch kurz einmal werbung machen konnte ohne probleme irgendwie sieht das grad so aus als wenn du vor dem arm so mega dünn ist so zweidimensionale hand aber das ist eigentlich Alice hand und deswegen sieht das so aus bei mir gleich weil das sehr dunkel ist bei euch sieht man das wahrscheinlich besser aber durch den lichteinfall in meinem zimmern ist das so aus das ist das so aus wenn du vor dem Arm einfach mit Alice hand aufhört ja falsche Hoffnung ich beneide dich fast haaaah haaaah haaah haaaah haaah 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 kannst du der Kleine nicht wehtun haaaah haaah 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 cao haaah haaah wer hat wer wört sie für sie können haeash 33% haben wir schon das wäre die Lösung, wenn man das hinbekommt einen Kurzschluss zu verursachen ne, ich will keinen Weg zur Flucht finden ich will ja resettet werden kann ich nicht auch irgendwie sagen ja hier, ich überspringe das einfach und dann ist es 300% nein, ich muss warten bitte muss ich nicht immer warten bitte schaffe ich einfach die 100% in dieser Mission mit dem Reset so schnell wie möglich sodass wir uns vielleicht eventuell nur zweimal resetten müssen was ich persönlich sehr sehr stark bevorzugen würde weil wenn wir uns nur zweimal zurücksetzen müssen ähm dann nimmt das Ganze gute Züge an ja, gut, perfekt weil dann müssen wir nämlich nur zweimal warten und nicht achtmal ähm, ja triff Lufa im Wohnzimmer triff Lufa im Wohnzimmer hilf uns ach jetzt hab ich mir es gibt einen Grund, warum ich diese Zelle öffne ähm das hat nicht nur den Grund, dass ich werde die auch jedes Mal öffnen damit ich das nicht vergesse ähm das darf nicht passen weil ich könnte mir vorstellen, dass man diese ja im späteren Verlauf des Spiels weiß ich ja, dass man die nochmal treffen kann diese Charaktere, die man jetzt sieht ähm und wir werden uns da angucken ob uns da noch eine Möglichkeit fehlt oder nicht ja wir wissen inzwischen, dass Slutgood das Monster ist Kara weiß es nicht, weil da wurde ja der Reset gemacht du musst dich erinnern, wer du bist sonst wird die Kleine sterben ja das ist halt blöd gelaufen bin ich jetzt schon an dem Punkt, wo ich einfach warten muss ich glaub nicht, weil wir müssen ich denke mal genau erst ähm hier hinkommen, bis wir den Tor so abgelegt haben ähm und auch da läuft dann ja es lauft dann ja diese 10 Minuten Zeit die ja sozusagen benötigt wird ähm ich werde mich trotzdem werde ich mich umgucken ich weiß halt nicht, wie viel wir brauchen, ne ich möchte halt auch nicht zu viel finden ja wir gucken uns das auf jeden Fall nicht an irgendwie ist diese Mission echt nicht so nicht so positiv, ne also ich meine Claire Cara und Alice haben sowieso ne schwere Zeit aber umso schöner finde ich dafür die Mission die sie danach äh durchleben dürfen die wir ja heute stell es einfach auf den Tisch da drüben glaub ich auch noch sehen ähm stell es einfach auf den Tisch da drüben hier ist der Tisch ich kann es nicht abstellen ich stell es auf den Tisch hier vorne naja das ist zwar jetzt nicht der Tisch da drüben aber ähm das Essen hat ja nicht spontan Beine wir machen spontan Pause so da bin ich wieder ähm ja ihr habt mich heute nur noch ein bisschen kürzer Tatsache wir werden ähm es aus privaten Gründen leider nur schaffen diese eine Mission jetzt hier zu Ende zu spielen ähm und uns das eine Ending anzugucken ähm danach äh habe ich jetzt hier im Relife etwas spontan etwas vor was ich bis vor was ich schon wusste dass das heute auf mich zukommt ähm aber mir wurde eine andere ich hatte eine andere Uhrzeit gesagt kommen sag ich jetzt mal also beziehungsweise ich hatte halt was anderes im Kopf und deswegen ist es natürlich jetzt ein bisschen blöd ähm aber gut ich kann es leider Gottes nicht ändern dann sehen wir uns dafür heute Abend einfach nochmal dann gehe ich einfach danach nochmal live dann habe ich zwar eine Pause da drin aber machen wir halt eine längere Pause bis heute Abend hoch ich wollte nicht ins Bad ja ich bin ja ich will doch nur auf den Flur gehen ähm kann ich jetzt eigentlich zu ihr ich glaube nicht ne oh hier wird man uns helfen ja so mehr oder weniger ne ähm jetzt ist die Frage hatte ich das schon im Ablauf Diagramm oder hatte ich das noch nicht nein das hatte ich noch nicht das ist sehr gut ähm dementsprechend ja bleibe ich jetzt mal vorsichtshalber stehen weil wir haben schon ziemlich viel von dem Namen ähm frei bekommen sozusagen und würde sagen wir leisten dem guten Slutko einfach ein bisschen Gesellschaft ähm 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 gucken wir mal zu hier wäre ein bisschen was repariert schief gehen wir jetzt wohl nicht unbedingt wie gesagt wir müssen diese Mission dann auch sowieso nochmal spielen ich finde 10 Minuten sind ein bisschen viel für Wartezeit aber das ist auch alles denke ich mal im Raum des möglichen ich möchte immer schon mal wenn du noch zugucken würdchen ne ähm ähm wie gesagt wir machen dann bis heute Abend eine Pause und sehen uns dann einfach heute Abend wieder ich gehe mal davon aus dass die eine Erinnerung jetzt mal hier so kurz ich glaube ich weiß was ich machen muss also ich glaube das eine wird sein das letzte Buch lesen ähm ich hoffe dass ich da das richtige Ende habe aber da kann man ja einfach durch die Bücher durchscrollen äh ich gehe mal davon aus dass da das richtige weiß und ich einfach in den letzten Versuchen nicht weit genug durchgescrollt habe ähm dann weiß ich dass oben in dem einem Zimmer ein RA9 oder RA6 RA6 ist glaube ich Schriftzug ist ne RA irgendwas auf jeden Fall den wir ja vorher nicht gesehen haben den wir diesmal ja bei Ralph im Haus gesehen haben und uns da gefragt haben was es damit denn auf sich hat ähm das sind auf jeden Fall zwei Sachen Buch und RA9 oder das muss ich jetzt nachgucken kann ich sein dass ich nicht weiß äh RA9 RA9 genau hat die richtig im Kopf ähm also RA9 Buch ähm dann weiß ich nicht wir sind ja relativ spektakulär geflüchtet in der einen Mission ob vielleicht darüber da müssen wir uns einfach nochmal umgucken ob wir durch diese Mission vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten haben unser Gedächtnis wieder zu erlangen ähm ich weiß das wie gesagt nicht ich spiel das Spiel bleibt das sind alles nur Vermutungen die ich äußere es kann auch sein dass ihr denkt ja ach wenn du das so versuchst wirst du nicht weiterkommen ähm das kann durchaus passieren und es ist ja auch ähm durchaus möglich wie lange muss ich denn noch warten hier kann ich das irgendwo nachgucken wie lange ich noch warten muss äh noch sechs Minuten das ist natürlich äh auch jetzt blöd aber diese sechs Minuten bleiben wir noch in Slutgos Werkstatt gucken ihm mal bei den Experimenten hier zu ich meine er scheint sich ja schon also natürlich ist das was er macht an den zu experimentieren und wie er das macht ist natürlich nicht richtig aber er scheint ja schon irgendwie so ein gewisses ähm ja kein Talent dazu zu haben auch wenn das was er jetzt grad tut er macht immer das gleiche auch interessant aussieht ne die Arme hat auch schon keine Beine mehr nach fünf Minuten 42 ähm ich nehme meine Tabukonserven tja was ja alles hier so hatten ne alles was man braucht alles was man braucht ich hoffe einfach wir müssen die Mission jetzt nur noch einmal spielen ähm und danach hätten wir es geschafft das wäre schon ziemlich nice muss ich ehrlich sagen weil ich habe jetzt nicht so Bock hier ich meine das ist das einzige Mal das wir hier warten müssen ähm dementsprechend ist es wohl noch legitim aber ähm ähm und danach ja zum Glück nicht mehr ne das wäre auch ein bisschen sehr viel verlang finde ich ähm ähm ja ja wie gesagt wir können nur warten ähm ich finde das auch ein bisschen lang ich finde das auch ein bisschen lang aber wir werden jetzt ja auch aus der Werkstatt nicht mehr rausgehen das ist ja auch Quatsch wir gucken wie gesagt beim Arbeiten mal ein bisschen zu mal da steht auch jemand der sieht auch nett aus sehen wir mal was anderes ähm 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 ja wie gesagt ich weiß jetzt auch nicht so genau was ich da noch zu sagen soll halt ne ähm ähm wir können halt nur warten gerade heute bullet här bis 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 Und wir warten, und wir warten, und wir warten, und ich weiß auch gar nicht, was ich beim Warten groß kommentieren soll, weil wir halt warten, ne? Das Zeitfenster ist großzügig gewählt, das weiß ich, aber gut. Oh, 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 oh. Wie lange dauert das noch? Eine Minute noch! Lass uns mal hier ein bisschen um den Tisch rumlaufen, das kann ja nicht sein. Guck mal, das Essen hat auch liegen fast, ne? Habe ich extra für dich geholt. Und dann rührst du dich nicht an. Und dann da wie sich ein Kreis bewegt. Dort geht er links, dort geht er rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg. Ja, das hatte ich ja bei Minecraft auch. Da bin ich ja auch so ein riesen Kreis gelaufen aus Versehen. Ungeachtet von dem, was da passiert. Och komm schon! Noch 50, 49, 48, 47. Der Countdown läuft! Okay, ich habe ein bisschen schnell gezählt. Komm, wir gehen auch mal andersrum. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht umgucken, weil ich habe Angst, dass ich dann aus Versehen das Richtige mache. Und das wäre halt auch blöd, ne? Wenn ich jetzt aus Versehen dann die Erinnerung zurückbekommen sollte. Und deshalb lasse ich das da ein, aber das möchte ich ja auf gar keinen Fall. Zwei Sekunden noch. Hier ist die kleine Schlagko. Na gut. Mal sehen, was ich mit dir machen kann. Oh, sei endlich still! Na los! Au, ein düsteres Ende. Ein düsteres Ende, was wir hier gesehen haben. Ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz, ob wir beim Reset einsetzen können. Und danach muss ich auch leider, wie gesagt, den Stream... Ja, ich sag es wie es ist. Ich werde den abbrechen müssen. Der sich mein Plan ja dann doch jetzt, wie gesagt, spontan geändert hat, ohne dass ich da jetzt Einfluss drauf ausüben konnte. Nein, wir müssen das immer wieder angucken. Oh Gott! Ähm... Aber... Dann... Ist das halt so. Ja, an dieser Stelle muss ich jetzt dann, wie gesagt, alle den Stream abbrechen. Ähm... Das ist jetzt ein sehr überraschendes Ende. Es ist jetzt sehr schnell gekommen. Wir sehen uns heute Abend dann wieder. Ähm, hoffe ich doch. Ähm... Und... Bin dann jetzt sehr spontan dadurch raus. Und sage Bye-bye. Wir sehen uns heute Abend. Und... ... ... ...